So moin Leute ich wollte euch mal ich bin es hier euer Maxi King und ich wollte euch mal etwas zeigen diesmal in Far Cry 3 ich wette übel zu viele kennen das schon aber ich hab das Far Cry 3 noch nicht so lange und hab grad was geiles entdeckt also wenn ihr hier seid circa hier in der Nähe gibt äh habe ich hier ich habe ja gerade diesen Kontrollpunkt eingenommen alte Min und ja wenn ihr da ja gerade ausgeht Alter ist das nicht geil schaut euch das mal an voll geil und wollt ihr wissen wieviel ich das Spiel bekommen hab? 19,97€ das sind ja Limited Edition also das ist doch wirklich ein Schnäppchen oder? Hammer 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 geil Boah Boah jetzt guck schon mal wo es hier oben reingeht Ach da geht es nirgendwo hin da liegen noch viele Kisten so cool so jetzt guck schon mal wo es hier runter hingeht mal eine Kiste mal eine Kiste es scheint auf jeden Fall nur interessant zu sein na auf jeden Fall übelst der geil so dann okay so also das wollte ich euch halt mal erwarte mal es gibt's nur noch hinten auch jetzt bin ich ins Wasser gefallen geht's ja gerade mal so also es würde ich euch wie gesagt mal zeigen ich werde viele, ich sehr viele werden von euch noch kennen aber ich habe das gerade erst gemerkt und ja, damit verabschiede ich mich von euch euer Maxi King morgen eventuell nur eventuell wenn ihr ganz große Lust und Laune habt eventuell wieder ein Let's Play und wenn nicht dann bis nächste Woche irgendwann, okay? also, ciao!